Ich kann es besser sehen, dass ich hier auf der Kante stehe. Dann komm, das ist genau so unten. Und steh. Runter ist immer schwieriger, aber irgendwann klappt es. Das wirst du sehen. Blau ist deine Farbe. Nochmal. Ja, gut, Micky. Ja, super. Das war gut. Klasse. So zusammen. Prima. Steh. Ja, fast. Das wird immer besser, jedes Mal. Ja, gut. Klasse. Ja, gut, aber stehen. Ja, gut. Man kann stehen. Ja, gut. Jetzt bin ich jetzt noch schneller. Einige Problem ist, dass man selber nicht schnell genug ist, wenn man so schnell die Hand wegfällt. Ja, keine Ahnung. Ja, gut Micky. Wenn du einmal so im Schluss bist, dann geht das, ne?